Hi Leute, wir sind heute für euch live auf der Gamescom unterwegs, natürlich auf dem Xbox-Start, dieser Pfand ist so riesig, hier gibt es so viel zu sehen, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, oh mein Gott, da hinten steht jemand, der sieht aus wie ein richtig berühmter Schauspieler, ich bin mir aber gerade nicht sicher, oh mein Gott, das ist her, oh mein Gott, oh, Andy, es ist Andy, ja, hi, Na, und? Krasser Stand, oder? Was sagst du dazu? Eine riesige, 50.000 Quadratmeter, das ist der größte Stand auf der gesamten Messe. Hier gibt es über 150 Stationen, die ihr abchecken könnt. 30 Games könnt ihr jetzt hoffen, alles dabei, ganz viele Indie-Games sind natürlich dabei, aber auch Forza Motorsports ist ihr Krieg, wir haben Flight Simulator, die Elder Scrolls, Stalker 2 sehen wir hier schon so leicht im Hintergrund, aber vor allem sehen wir im Hintergrund das wohl dickste Ding der ganzen Messe, Starfleet. Genau, und das neue Flaggschiff schauen wir uns jetzt direkt mal an. Jetzt zeige ich euch das absolute Highlight, also auf jeden Fall mein Highlight hier auf dem Xbox-Stand. Bethesda hat sich nicht lumpen lassen, kommt mit, Leute, und hat hier wirklich ein Kino hingebaut, was ganze 300 Gäste umfasst, um euch exklusive Einblicke in das neue Starfield-Game zu geben. Ja, hier ist sehr viel los, wir kämpfen uns durch. Unter anderem kann man hier auch, by the way, Age of Empires 4 anzocken, auch ganz geil, aber Starfield interessiert mich ein bisschen mehr, deswegen wir kommen hier nicht durch. Da ist das gute Stück, direkt hinter mir ist dieser große Kinosaal, hier ist auch schon eine Riesenschlange und das ganze Spiel kommt am 6. September raus und natürlich exklusiv mit dem Game Pass, direkt am ersten Tag verfügbar. Ich empfehle euch auch vorher das Spiel zu laden, hat ganze 140 GB, ist verfügbar für Xbox und PC und ist ein komplett neues Game. Starfield ist ein Open-World-Single-Player-Spiel, ihr könnt eigene Raumschiffe erstellen, Mondbasen erstellen, ihr habt über 1000 verschiedene Planeten, die ihr anzulegen könnt, also eine ganze Menge zu entdecken. Und ich bin jetzt echt gespannt, was der Trailer oder die Spielausschnitte da jetzt im Kino zeigen. Leute, ich hatte gerade 25 Minuten exklusive Einblicke in das neue Starfield-Game und wow, was soll ich sagen, ich freue mich jetzt noch mehr auf den 6. September und wow, ich habe so Bock das jetzt zu zocken, oh mein Gott. Hier am Stand von Sea of Thieves könnt ihr euch sogar ein mega geiles Airbrush-Tattoo draufbrushen lassen, wie auch immer man das jetzt nennt. Andy hat schon vorgelegt, du hast Gas gegeben. Ja, du hast ja keinen Platz mehr, also musste ich ja ran hier. Ja, hey, sorry. Schmerzhafte Tortur war das, aber es sieht ganz cool aus, das ist ein Kunstwerk geworden, wie ich finde, hier vier Totenkopfgeschwert, zerbrochenes Schwert. Absolut. Ich finde es geil. Stabil, Andy. Auch dieses Jahr ist auf der Gamescom jede Menge los, hier geht es richtig ab, guck mal, mit ist das etwa Al-Ham-Soos. Oh mein Gott! Was? Er ist auch hier? Krass, damit hätte ich nie gerechnet, Leute, aber umso mehr freue ich mich. Ja, wie geht es dir? Ja, ganz okay, ich meine, ich bin auf dem Wegsmox dran, wie könnte es mir besser gehen? Und was war dein Highlight bisher? Was hast du dir alles schon gegeben, was war am krassesten, was sagst du zu allem? Boah, wo fang ich da an? Es gibt Saphir, es gibt Cyberpunk, es gibt Age of Empires 4, Consolidation, es gibt Powerball, es gibt Forza Motorsport, es gibt Zero Thieves, ähm. Ich habe auch ein paar Ideal-Xbox-Spiele angezahlt, da waren auch ein paar coole mit dabei und A-Bownd-Core 6 ist auch mit am Start. Also du findest eigentlich alles cool, hab ich rausgehört? Ja, das Einzige, was mir so ein bisschen missfällt, ist, ich stand gerade hier und habe mir Forza angeschaut und habe gemerkt und habe mir ausgerechnet, wie lange ich arbeiten muss, um mir dieses Auto leisten zu können, das finde ich so geil. Das ist ein inspirierender Gedanke, den kann ich verstehen, okay, toll. Was ist der Rucksack, was soll das sammeln? Ähm, da ist mein Merch drin und du musst drauf aufpassen. Ja, ja, klar. Ja, geil, Alham, Alter, beste Leben, tschak, tschak für alles, tschau Leute, wir schauen weiter. So Leute, wir sind jetzt hier an meinem Lieblingsstand zu dem Spiel Forza Motorsport, ja. Leute, hier gibt es Xbox Special Editions in der Porsche-Version. Ich als bekennender Porsche-Fan sind die alle harten. Leider kann man die nur mit einem Gewinnspiel gewinnen, aber naja, vielleicht mach ich da gleich nochmal mit. Und, es kommt natürlich noch besser, hier steht ein Taycan 4S. Bitte kommt mit, ihr müsst euch das anschauen. Das Auto natürlich auch nicht genug, sondern es gibt noch mehr zu sehen. Hinter mir ist nämlich schon eine lange Schlange, dort kann man sich in einen kleinen Kinosaal begeben und sich Trailer und Interviews mit den Erfindern und Herstellern des Games angucken. Superspannend, wie ich finde. Da werde ich jetzt auf jeden Fall auch gleich mal reingehen. Und ja, das Ganze kommt am 10. Oktober raus. Und für alle, die den Game Pass haben, ihr könnt das natürlich ab dem ersten Tag spielen. Also, warum habt ihr noch keinen Game Pass? Was ist mit euch? Geh da jetzt hin. Das war maximal informativ. Ich freue mich jetzt noch mehr auf den 10. Oktober. Aber ganz ehrlich, also der Anzug ist ja cool, aber ich schwitze wie sonst was. Ich muss da jetzt echt mal raus, Leute. Sehen wir mal kurz was anderes an, ne? Das war doch mal eine krasse Gamescom, oder Andy? Total krass. Also, was war dein Highlight? Sag ganz ehrlich. Ich weiß wirklich nicht so richtig, wo ich anfange. Ein riesen Stand, haben wir schon gesagt. Und ich glaube, das echte Highlight, mein Highlight ist Starfleet. Absolut. Meins auch. Ich kann es nicht leugnen. Ich freue mich so auf den 6. September. Aber mir fällt eine Sache ein. Wo ist eigentlich Elham? Hast du den gesehen? Nee, das ist eine gute Frage. Der läuft bestimmt hier irgendwo rum, aber für den ist das ja wie Weihnachten. Ja, der steht bestimmt jetzt noch in irgendeiner Schlange an. Ja, den müssen wir machen. Lass den mal suchen gehen, ey. Was ist los? Das war mal. Tschüss. 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 Tschüss.